guten morgen guten mittag und wunderschönen guten abend leute ich bin jack von jack in the game und willkommen zurück zu kz dies wir haben wir haben das letzte part unsere schöne beziehung mit kelly erfüllt und wir machen mal auf dem weg zu seinen quest mit dem appartement weil irgendwann sucht durchsucht als ein appartement hier und wir gucken was hier sache ist da oben ich glaube ich brauche gar nicht hier vorsicht wo du hintritt du willst ja nicht über den ganzen müllstoff in der oben liegt woher kam dieser raum die meisten leute fallen vom himmel und landen hier im meer oder ich nicht ich bin meine ganzen sachen hier gelandet das war mal mein appartement mit ein paar wänden mehr oder weniger warum ist das passiert da fragst du was allerdings war das ich habe meine ganzen alten skizzenbücher und bilder noch ich bin felix ich bin jack hey felix was machst du hier draußen ich suche was als hier alles zusammen mit mir vom himmel viel wohl einiges von dem zweck zerstört und der schaden durch den regen half auch die gerade aber es gibt hier etwas von dem ich mir sicher bin dass es noch intakt ist wusste ich es doch die dichtung ist noch intakt also ist hoffentlich kein wasser eingelaufen das könnte vielleicht schwierig erklären zu sein zu erklären sein kommt noch mal bei mir im westen von haften vorbei und zeigt ist ja don't you want me seht welchen mensch okay du musst mir die angst aber du hast einen angenehmen level und hast drei kassetten das sind noch zwei zwei kassetten oder ja pinselpilz das ist ein richtiger namen ha 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 so wenn doch nur dieser großidiot platon diese insel sehen könnte der mage ist ein zweibeiniges spielloses geschöpft ha von wegen einmal was war für ein eimer na egal erst der weltblut geladen ich liebe diese schöne mitteilung so funktioniert ja muss jetzt nach oben der viral buff das ist ein lieber hund nachdem du deine hand ausgestreckt hast und dich von dem hund schnippeln lassen siehst du dir seine halsmann an namens von uns ist Barclin und seinem halsmann ist ein kassettenrekorder im miniaturformat eingebracht außer einer 22 stelligen telefonnummer gibt es keine information über seinen besitzer Barclin sitzt oft war auch auf einem viral fest Barclin schaut die klippe hinauf und jauelt bestimmt wieder nach oben wenn du vielleicht eine möglichkeit hättest ihnen die klippe hinauf zu bringen Barclin sagst du also das ist noch ein lagerfeuer mal kurz die zelten das ist schon mal gespeichert das lagerfeuer zumindest glaube ich halt das ist ein schalter so aha guck mal muss ich das sehen ha 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 ah ha so die frage ist doch jetzt so ach guck mal hier damit und dann da hoch nee nee du auch nicht du kommst doch okay aber ich nicht hört mal das ist eine neue kiste aufschmeiße mein gott ich schieße richtig hart jetzt gerade oh nein das war knapp das war so knapp warte mal wenn das jetzt funktioniert wenn das funktioniert dann wäre das eigentlich nicht schlecht aber das passt funktioniert nicht na gut lassen wir das machen so wie es ist danach kommen wir nicht da drüben so ich wollte es ja auch hier bin mal genäht das weiß ich noch ganz genau ob es geht habe ich schon ah da da war es doch schon oh Bahnhof Kirschkreuz zum oh meine geschätzten gäste lasst euch das essen schmecken dass wir euch zu beurte grüßen also läuft nicht weg den kuchen mit aufschluss ist mich oh mein gott dann spiel auf es im wunderland sascha trinkt nicht ja das ist wie alles im wunderland leck mich am zack abzipple so wow dann wieder essen warte mal die leser stand schade was du hast du monster bei ihrer teepartie gestört ja ja ich kann nichts dafür mal mal wechsel jetzt die bälle die bälle ab hier abzug auch noch eh so den schall knallen dann entzünden so 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 ab hier stehen naja komm mach mal in ruhe okay gut achte nichts scheitern entzünden energie will auch noch da war ja ordentlich aufs maul gerade nein spucken das ist ja schon die gerade lässt sich so mal kurz hochheilen und ganz kurz die gruppe umändern so das hätte wechseln dezibelle okay erst noch mal kurz trinken er ist denn da hoch ein understand hat halt das kommt so dann geht das schon was bist du da hab ich dich schon warte mal ganz kurz matthemanik kann man gucken matthemanika matthemanika doch habe ich schon hier oben bekommen es gibt hier scheint deswegen habe ich das gerade leicht verwirrt ich habe schon weiter auf die sprungfäder also egal so verspotten alter warum man aber auch so schnell laufen muss hier kapiere ich gar nicht so helflose düster füge klar ach komm mal warte schnell der gleitet nicht gut und ein scheitern und ein scheitern und ein scheitern und ein scheitern so wand weg elf los stürmen und bestien wollen nice florex glaube ich gerade mal drei sterne leck mal kann ich jetzt eigentlich weil man ist mega neugierig ich muss klein sein schade das wäre es ja gewesen warum bist du so schnell so klein ganz ehrlich warum bist du so schnell alter so ernsthaft das spiel wir echt einmobben gerade so so ey okay also ich habe vorhin das gelungen der guten romans jetzt verfluche ich dieses spiel wegen seiner idiotischen physik engine danke schön dafür heidi so danke hans das elfen du musst sagen stimmt okay 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 das spiel mobbt ein richtig hart kann an der stelle mach doch nicht die kiste so mega federleicht wie auf der mondlandung 1988 nacht muss ja auch noch lax oder essen essen die kiste aus dem weg räumen dann kann ich einfach ich glaube ja weniger ist das funktioniert aber gut kann ich mal versuchen ne es ist irgendwie kurios nur klein bist du alles mega einfach also wirklich so richtig federleicht so so okay jetzt hat nichts besonderes okay dachte irgendwie das wäre etwas besonderes gewesen bei den schlussern aber nicht es ist nicht so was da drin erzähle ich mir für später auf das wird eine überraschung für euch ein höflicher gast würde sich anrühren mit ihren kopf nicht sondern nutze ihn die truhe öffnen ja das armen skelett wo dein kopf oh das ist doch das ist so ach warte halt nein warum fliege ich wollte ja nicht aufnahmen machen aber gut dann machen wir mal ganz normal angriff hier der herrschuss und normal spucken so dann jetzt eine aufnahme habe ich irgendwie eine erdkassette austral feuer bell luft schlange keramik und hier machen wir ein schallknall schaden 2 hm perfekt jetzt haben wir das damen skelett gesammelt perfekt das damen skelett kann elementar energie in ihren kugeln kanalisieren die sie mit hoher treffesicherheit auf gegner wirft dort fehlen der beine bewegt es sich sehr schnell und rutscht über festen boden als würde es durch luft gleiten nett nett gefällt mir herr 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 erste hilfe und einmal spucken herr und herr herr also die Und noch ein Schalter Achso, meine Güte Okay, nie wieder Oh, okay, kapiert Ich muss klein sein dafür Ich muss dafür klein sein, mein Gott So, noch ein Erzengel, super Der fünfte schon, oder? Ich glaube ja Was bist du denn? Du hast meine Anweisung, dich nicht zu bewegen Was achtet? Respektierst du mich nicht? Ist dir nicht bewusst, wie wichtig ich bin? Du bist aber ein ziemlich großes Ego, was? Eine derartige Unhöftigkeit Und dann noch gegenüber einem Mitglied des Königshauses Wenn ihr eure Köpfe nicht einsetzen wollt Muss ich sie euch abnehmen Alter, er spielt das erste Wunder, aber auf Crack Er verbannte Königin des Wunderlands Verständlich, dass ich verbannt wurde Ähm Einen wechsel mal rüber Habe mal einen Sternschuss mit ihm Und dann wechseln wir den aus Gegen Ja Gegen unsere Masken-Medusa hier Isst mich Haben wir mit der Angriff ab Aber jedoch Schlagfrängers ausweichen Wunderschön Wo sind denn? Bock die User Benzinschlucker Trink mich Okay, ist dann umgekehrt Warte mal Da muss ich Okay, ich brauche den Wall Grachersprung, ey Du dicke Ding, du Trink mich Du kannst mir langsam Trink mich Und iss mich Wo hast meine Shorts? Beißen Warte mal Habe ich nicht irgendwie Äh Dosenkaffe Oder Kaffe to go Ja Das dann Zwei Api geschluckt Ernsthaft? Okay Elementar Wall Sie irgendwie raufspringen wird Das dicke Ding Oh komm Hör auf mir die ganze Zeit Meine EP zu klauen Na AP Nicht EP Fusionskraft Giftige Axt Oh Du hast den Kampf gewonnen Das war super Wurzungsmaterial Kraftfrucht Super Alter Deine Ausdauer wurden 10% erhöht So Ja Ja Du siehst sie dann verlassen Nach Westen Äh Kammer Nach Norden Ruhe Bäume Auf einem steilen Altar Auf diesem Land Dort musst du jetzt sein Ihr habt wirklich Keinen Respekt Nicht wahr? Wie ärgerlich Roland Alice Es ist mir eine Freude Dich kennenzulernen Ich brauche jemanden Mit deiner Sozialkompetenz Du hörst nicht auf Oder? Der ist ein unheimlicher Typ Sie hat sich wohl als Königin ihrer eigenen Welt angesehen Was? Ich glaube so langsam dass der Dreieckmann nichts Gutes im Schilder führt Wir sollten ihn auch behalten Und als nächstes Hast du einen neuen Lieddex erhalten Der dir den Weg zeigt Um neue Viral zu verlassen? Auf einem Steinaltar auf diesem Land? Wo musst du jetzt sein? Das klingt als würde ein bestimmter Ort beschrieben Könntest du mir vertraut vor Jack? Okay Lassen wir es gar an Und jetzt als nächstes Hast du das Gerücht gehört Dass auf dem Friedhof irgendwas passiert? Das könnten wir uns mal ansehen Könnten wir Aber ich berichte erstmal nach Norden Kaylee Weil im Norden Habe ich gehört Dass da ein bisschen mehr einfache Monster sind Und ich nicht aufs Maul kriege Wie ein Keine Ahnung Irgendwas So Aber Das war's mit dem heutigen Part Ich bin dankbar für's Zuschauen Und ich hoffe es hat euch gefallen Wie immer nicht vergessen Liken, Subben oder auch Abonnieren Und wir werden noch ganz kurz unsere Mari Die Usama ganz kurz nochmal Einen Stern verpassen Und schauen ob sie vielleicht Sie haben sich die Fähigkeit gesehen Ob sie vielleicht noch was kriegt An Fähigkeiten Beziehungsweise ob sie nicht eine neue Form gewinnt Aber nee nicht vergessen Liken, Subben und Kommentieren wie ich gesagt habe Und ich seh euch im nächsten Part wieder Okay Mal Mal Die Usa ist auf jeden Fall schon maximal Gut Bis zum nächsten Schöne mit Öle Und bye bye Tschüss